Ja Leute, wie ihr seht habe ich hier etwas bekommen, Computerkabel nach dem Intro. Machen wir es mal auf. Schauen wir mal rein. Und zwar habe ich hier 3 Kabel in 3 verschiedene Farben. Und zwar Plan-Kabel für mein Projekt Plan. Einmal in blau natürlich. Ich glaube 1,80m, das reicht locker. Ich brauche es eigentlich nur zum Verbinden von der One, der 360 und der PC. Das ist eigentlich schon alles. Das habe ich jetzt im Internet bestellt, weil im Laden kostet das etwa 5x mehr. Und so eilig habe ich es auch nicht wieder gehabt. Von daher habe ich es so schön bestellen im Internet. Wie ihr seht habe ich hier 3 Kabel bestellt. Jo Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann!